Retro-Bemalung auf irgendwelchen Flugzeugen, das ist schon immer was Besonderes, denn meist ist es ja nur ein einziges Flugzeug aus der gesamten Flotte einer Fluggesellschaft, welches dann diese spezielle Lackierung aus längst vergangenen Zeiten trägt. Seit gestern gibt es eine neue, wirklich interessante Retro-Bemalung auf einer Boeing 747 der British Airways. Da haben viele von euch wirklich lange drauf gewartet und gestern wurde die Maschine dann in Dublin aus der Halle geholt. Und auf Instagram gab es dann auf einmal einen Haufen an Bildern von dem neu lackierten Flugzeug. Ich glaube das erste Foto hatte ich direkt morgens bei Wilco 737 gesehen, übrigens ein sehr empfehlenswertes Profil auf Instagram, vor allem wenn man auf die Boeing 747 steht. Und dann flog die Maschine im Laufe des Tages nach London Heathrow, also quasi nach Hause und dann war wirklich im Internet alles voll mit Bildern von diesem neu lackierten Flugzeug. Also das scheint ja schon mal richtig gut anzukommen und heute unterhalten wir uns mal etwas genauer über diese spezielle Maschine mit der speziellen Lackierung, warum da eben nicht British Airways drauf steht. Und damit klären wir auch mal ein bisschen was zur Geschichte der British Airways. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut. Und ja, British Airways möchte also in diesem Jahr, im Jahr 2019, ein 100-jähriges Jubiläum feiern. Damit feiern sie gar nicht wirklich ihr eigenes 100-jähriges Bestehen, so lange gibt es die Fluggesellschaft nämlich noch nicht, sondern sie feiern vielmehr das 100-jährige Bestehen der internationalen Zivilluftfahrt in Großbritannien. Eine kleine britische Fluggesellschaft mit dem Namen Aircraft Transport and Travel, kurz AT&T, war es nämlich im Jahr 1919, also vor 100 Jahren, gegründet von einem kleinen britischen Flugzeughersteller kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Die waren es, die am 25. August 1919 den ersten regulär durchgeführten internationalen Linienflug der Welt angeboten haben. Das ist schon mal eine Leistung. Von London aus ging es dann täglich nach Paris. Das alles mit einer Airco DH-16, ein aus Holz gebautes, einmotoriges Flugzeug für vier Passagiere. Die Tragflächen waren dann noch mit Stoff bespannt. Die beiden Piloten saßen noch im Freien, aber für die vier Passagiere gab es bereits eine richtige eigene Kabine. Also doch eine wirklich moderne Sache. Von der eigentlichen British Airways ist da 1919 also gar nicht die Rede. Die gab es da zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht, aber da wurde halt der erste regulär durchgeführte internationale Linienflug der Welt aufgenommen. Das eben in Großbritannien und das möchte man jetzt feiern. Nichtsdestotrotz ist das Jahr 2019 in dieser Hinsicht sehr interessant, denn auch die älteste Fluggesellschaft der Welt, das ist KLM, die feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. 1919 gegründet, gibt es heute immer noch unter diesem Namen, also 100 Jahre alt. Aber zurück zu den Briten. Kurz nachdem man die tägliche Verbindung zwischen London und Paris dann aufgenommen hatte, gab es 1920, 1921 immer mehr Fluggesellschaften, die sich auf dieser Strecke quasi dazu gesellten. So entstand da ein richtiger Konkurrenzkampf auf dieser Verbindung, der seitens Frankreich durch entsprechende Subventionen für ihre Fluggesellschaften etwas unvergestaltet wurde. Und so musste AT&T dann bereits nach drei Jahren auf dieser Paris-London-Verbindung wieder aufgeben. Also die Probleme, über die wir heute immer diskutieren, die gab es auch damals schon in der Geburtsstunde der Zivilluftfahrt. Durch einige Übernahmen und Zusammenschlüsse in den nächsten Jahren wurde dann aus AT&T über Daimler Airways, Instone Airlines, Imperial Airways noch eine richtig große Fluggesellschaft. Das, was man heute Flag Carrier nennen würde. Die letzte der eben genannten Fluggesellschaften erfüllte tatsächlich genau diese Rolle und flog von 1924 bis 1939 mit vielen kleinen Flugzeugen auch auf internationalen Strecken und machte sich dort einen guten Namen. Und im Logo der Fluggesellschaft findet man das, was man auch heute immer noch bei British Airways findet, nämlich den sogenannten Speedbird. Das deutet schon mal darauf hin, wo es mit dieser Fluggesellschaft irgendwann nochmal hingehen soll, denn genau das ist heute das Rufzeichen der British Airways. Aber gut, 1939, da sind wir noch immer nicht da angekommen, wo wir eigentlich hin müssen. Aber es ist natürlich unschwer zu erkennen, dass in diesem Jahr eine etwas größere politische Herausforderung vor der Tür stand. Vier Jahre vorher, also im Jahr 1935, hatte man bereits völlig unabhängig von der Imperial Airways eine erste British Airways gegründet. Diese beiden Fluggesellschaften wurden jetzt, nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, unter staatlicher Führung zur British Overseas Airways Corporation verbunden. Die Tat hauptsächlich tatsächlich genau das, was der Name vermuten lässt, und zwar Langstreckenflüge über den Atlantik, von Europa nach Nordamerika anbieten. Und das ging dann selbstverständlich für die Passagiere erst so richtig nach dem Krieg los, und damit man da eine gute Rolle abliefern kann, braucht man moderne Langstreckenflugzeuge. Somit kamen dann auch legendäre Maschinen wie die Lockheed Constellation oder die Comet zur British Overseas Airways Corporation, kurz BOAC. Und damit war man 1952 tatsächlich die erste Fluggesellschaft auf der ganzen Welt, die einen Jet im Passagierbetrieb hatte. Und BOAC reihte sich damit selbstverständlich in die Fluggesellschaften ein, die nach dem Krieg um die Vorherrschaft auf der Strecke zwischen Europa und Nordamerika, also auf der Strecke über den Atlantik, kämpften. Und direkte Konkurrenten sind damit Pan Am oder TWA. Und das sind Namen, die man ja sicherlich schon mal gehört hat. Ab 1971, also recht schnell nach der Indienstellung des Fliegers, war dann bei der britischen Fluggesellschaft auch eine Boeing 747 im Einsatz. Platz 11 Boeing 747-100 hatte man insgesamt bestellt. Und die Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt, das hilft, um zu verstehen, warum die British Airways jetzt diese Retro-Lackierung als erstes ausgewählt hat, um sie jetzt auf einer 747 der Öffentlichkeit vorzustellen. Die British Overseas Airways Corporation spielt einfach in der Geschichte der heutigen British Airways eine enorm wichtige Rolle. War der direkte Vorgänger quasi und spielte vor allem auch eine enorm wichtige Rolle in der 747-Ära. Also in der Zeit, in der man mit diesem Flugzeug quasi die Nordatlantikstrecken für den Passagierbetrieb noch einmal wirklich neu erobert hat. Zum Jahr 1974 hin brachte man die BOAC dann ebenfalls mit der kurz nach Ausbruch des Krieges gegründeten staatlichen Fluggesellschaft British European Airways zusammen, die sich um den europäischen Markt gekümmert hat. Während die British Overseas Airways Corporation halt für die andere Seite quasi zuständig war. Die beiden Fluggesellschaften brachte man zusammen und machte 1974 daraus die heutige British Airways. BOAC stellt also wohl den wichtigsten Teil der British Airways DNA dar. Und deswegen hat es wohl auch niemanden gewundert, dass im Januar angekündigt wurde, dass die erste Retro-Lackierung, die der Öffentlichkeit vorgestellt wird, eine BOAC-Sonderbemalung auf einer British Airways 747 sein wird. British Airways bzw. der BOAC-Teil in der British Airways wurde übrigens in den 1970er Jahren der wichtigste Boeing-Kunde außerhalb der USA. Und auch schon die BOAC hatte den Speedbird als Logo. Also das wurde von der Imperial Airways übernommen. Und BOAC hatte auch schon Speedbird als Rufzeichen. Auch das findet man jetzt immer noch bei der British Airways wieder. Und an der Stelle kann man ja auch ruhig mal anmerken, dass es doch im Jahr 2019 wirklich eine schöne Sache ist, dass jetzt eine Boeing 747-400 noch in Anführungszeichen eine neue Retro-Lackierung bekommt. Denn bei so gut wie allen großen Fluggesellschaften wird das Flugzeug zumindest in der Passagierversion mittlerweile ausgemustert oder ist schon längst aus den Flotten raus. Die amerikanischen großen Fluggesellschaften fliegen gar keine 747 mehr. Und da ist es doch umso schöner, dass British Airways zum aktuellen Zeitpunkt noch immer größter Betreiber der Boeing 747 in der Passagierversion ist. Über 30 Flugzeuge hat man noch aktiv in der Flotte und wird diese Maschinen auch noch ein bisschen behalten. Damit konnte man in den letzten Jahren einfach noch ziemlich gut Geld verdienen. Vor allem günstiges Kerosin zumindest noch vor knapp zwei Jahren verhalf zu der Entscheidung, dass man das Flugzeug, die Boeing 747 bei British Airways noch etwas länger in der Flotte behalten wird. Und die Maschinen auch nach und nach mit der aktuellen British Airways Kabine ausstattet. Was schon mal ein Zeichen dafür ist, dass die Flugzeuge auch wirklich noch ein paar Jahre bleiben werden. Im Schnitt ist der Jumbo bei den Briten mittlerweile über 22 Jahre alt. Die älteste, der dort noch aktiv eingesetzten 747-400, die wird in diesem Jahr 29. Und auch die Maschine mit der Retro-Lackierung, eine 747-400, die ist mittlerweile auch schon über 20 Jahre alt. Vier Jahre, zumindest nach aktueller Planung, soll das Flugzeug aber noch in der Flotte zu finden sein. Und somit wird es auch noch vier Jahre mit dieser interessanten und durchaus geschichtsträchtigen Bio-AC-Sonderbemalung durch die Gegend fliegen. 2023 wird das Flugzeug dann zusammen mit dieser Bemalung in Rente gehen. Von 1964 bis 1974, also bis zur Gründung der eigentlichen heutigen British Airways, trugen die Bio-AC-Flieger genau diese Lackierung. Ist doch schon mal eine schöne Sache, dass man die jetzt nach über 40 Jahren mal wieder auf einem Flugzeug sehen kann und dann auch noch auf einer 747. Lackiert wurde das Flugzeug übrigens in Irland, in Dublin. Da brachte man die Maschine am 5. Februar hin. Dort blieb sie jetzt also knapp zwei Wochen. Gestern am 18. Februar holte man sie dort aus der Halle und schickte das Flugzeug unter der Flugnummer BA-100 zurück nach London Heathrow. Jetzt gerade, beziehungsweise zumindest heute, ist das Flugzeug wieder ganz normal im regulären Passagierbetrieb unterwegs. Die Maschine fliegt gerade mit der Flugnummer BA-117 von London Heathrow aus nach New York zum JFK Airport. Die Strecke hat man selbstverständlich jetzt einfach nicht nur zufällig für das neu lackierte Flugzeug ausgewählt, sondern das war auch die erste Strecke, die ab 1971 von der Bio-AC mit ihrer ganz neuen Boeing 747-100 bedient wurde. Hat schon immer was, wenn Fluggesellschaften auf diese Art und Weise an ihre Geschichte erinnern und ich bin mir ziemlich sicher, dass uns heute da im Laufe des Tages noch einige nette Bilder aus New York erreichen werden. Aber gut, wirklich interessant wäre es dann, wenn man so Mitte der 2020er Jahre oder 2030 oder wann auch immer dann irgendwann mal wieder ein Überschallpassagierflugzeug, dann hoffentlich ein sparsames und langfristig gut geeignetes Überschallpassagierflugzeug bei großen internationalen Fluggesellschaften wieder im Einsatz ist, wenn man da dann so eine Concorde-Retro-Bemalung drauf pinseln würde. Das nur mal so als Idee für British Airways. Die sind allerdings in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch mit Retro-Lackierungen, mit weiteren Retro-Lackierungen auf ihren aktuellen Flugzeugen beschäftigt. Man hält sich da wirklich noch bedeckt, aber ich glaube, also zumindest Königen, die das immer so an, als hätten die da noch einiges vor. Es wird auf jeden Fall mehr als ein Flugzeug in einer Retro-Lackierung zu diesem 100-jährigen Jubiläum geben. War ja auch eben unschwer zu erkennen, es gab da wirklich einige Fluggesellschaften und damit auch einige verschiedene Lackierungen, die aus der British Airways das gemacht haben, was sie heute ist, nämlich eine der weltgrößten Fluggesellschaften und selbstverständlich die nationale Airline des Vereinigten Königreiches. Also da ist noch eine ganze Menge Potenzial für ziemlich interessante Retro-Lackierungen. Ich konnte leider wirklich nicht rausfinden, also wenn ihr da Informationen habt, dann freue ich mich da sehr drüber. Ich konnte leider wirklich nicht rausfinden, wie viele Flugzeuge es in welchen Lackierungen da noch geben soll. Aber es gab ja nicht nur viele Fluggesellschaften, die irgendwie ja zu British Airways wurden oder die von British Airways übernommen wurden, sondern auch British Airways selbst hatte seit 1974 einige verschiedene Lackierungen, die man da jetzt noch auf verschiedenste Flugzeuge draufpinseln kann. Dürfte auf jeden Fall interessant werden in den nächsten Wochen und Monaten. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen mit dabei. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu der Bio-AC-Sonderbemalung auf der British Airways 747-400. Wie gesagt, bis 2023 wird die da nach aktueller Planung noch fliegen. Auch in dieser Lackierung, die wird man vorher nicht mehr abändern. Generell, wenn ihr noch mit der Boeing 747 in der Passagierversion fliegen wollt, habt ihr neben der Lufthansa da bei British Airways in den nächsten Jahren noch einige Strecken, die noch mit dem Jumbo bedient werden und damit gute Chancen, da nochmal in diesem Flugzeug zu landen. Und ja, ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ein riesengroßes Dankeschön geht heute noch an Ralf raus. Vielen lieben Dank an dich für deine tatkräftige und großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.